Okay, weiter jetzt. Nothing stand before you haben wir immer noch, weiß nicht was das bringt. Außer dass es stinkt, äh, witzig. Ähm, was haben wir hier? Das ist akzeptabel Schaden. Doch, in der Tat, das gefällt mir. So, was haben wir hier? Hässliches Blut von anderen. So, was haben wir da drüben noch? Hallo? Nichts, dann gehen wir mal durch den Aua-Raum. Was haben wir hier? Flup, ja, klasse. Ja, ja, natürlich, natürlich mal. Was auch sonst. Dabei habe ich jetzt ein Herz ausgegeben. Warum nicht? Aua. Da komme ich doch sicher auch durch, oder? Aha. Bombe, use, voll verbraucht. Das war jetzt, glaube ich, die sinnvollste Bombe, die jeweils in Ice-Binding of Isaac gelegt wurde. Oh. Ah, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Oh mein Gott, schnell! Hihi, hi, 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 hi. So. Da haben wir noch mal diese komische Raupen. Ja, aber reicht schnell kaputt gehen. Flup, 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 flup. Stirb, Raupen. Super, okay, haben wir ein Blatt gemacht. Der ist durch unser Blut. Äh, wir müssen hier... Ich verstehe diesen Raum nicht. Ich kann mir maximal vorstellen, dass hier die Chance auf einen Geheimraum sehr recht hoch ist. Ach, guck mal hier, da haben wir die... Die Axt ist wieder voll. Haben wir da... Leider nichts dabei gewesen, schade. Ich glaube, da ist noch ein Raum. Was haben wir hier? Hä? Hä? Hä, wo habe ich ihn jetzt? Aua. Aua. Hä? Sind das Unsuffe? Ach, die sind... Die machen Schaden, sind unsichtbar und irgendwann werden die dann zur Richtlinie fliegen. Verstehe. Okay, das muss man natürlich wissen. Your rage grows. Touch Fusey. Get dicey. Wer ist das Ding? Redpatch. Ich guck mal ganz kurz Redpatch. Jetzt hat das Wiki noch nicht viel gebracht. Äh, wir schauen mal ganz kurz. Vielleicht hilft das jetzt diesmal. Alter, wie groß ist bitte die Liste. Redpatch. So, mal schauen, was es bringt diesmal. Ich glaube, es ist ja immer noch nicht, dass da irgendwas Sinnvolles rauskommt. Doch, diesmal geht's. Cramps will chase to increase damage by 1.8 for the current room up and taking damage. Mein Englisch ist nicht perfekt, aber ich glaube, wenn wir damage kriegen, dann ist die Chance, dass wir mehr damage machen, groß. Na gut. Spitzecke ist soweit aufgeladen, gerade. Ein bisschen dauert noch... Oh, vielleicht mal da durchgerannt. So, dann wollen wir mal hier durch. Und auf zum Boss. Chub, Double Drubble. Ach nee. Ist ja nicht so, dass Ira schon hässlich ist. Haben wir wenigstens halb so viel Leben, oder? Stirb, 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 stirb. Leute, hab ich nicht bekommen. Stirb, 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 stirb. Oh, da ist ja zwischendurch, okay. So, wir zu der Double Drubble. Und stirb bitte. Äh, und... Minimaler auch tot. Und wir bekommen... Damage und Ranger! Blood Cards! Sehr, sehr schön. Klack und klack. Ja, und mehr kann man nicht machen. Also... Auf, nach, nach, unten! Also, wie viel Damage jetzt drücken müssen. Geh, alle Scheiße! Und da sind wir im Bosskampf anscheinend. So war ich noch nie. Eine Truhe! Und... Ein- und ausatmen. Ein- und ausatmen. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Er ist wahrscheinlich erstickt oder so. Debs! Wie heftig einfach mal. Tot! Oh, war auch nicht tot. Da sind wir ins Feuer reingerannt. Das war halt nicht geplant. Eigentlich kann ich von hier aus... Ach, seht ihr das? Ach, guck mal, da kommen so diese großen, starken Kugeln. Trollbombe! Boing! Wollte ich gerade wegschießen. Egal. So! Was haben wir denn hier? Können die keinen Schaden? Hä? Können die keinen Schaden? Doch, irgendwie schon, aber... Scheint eine Weile zu dauern. Das heißt, die Pac-Man. Ach, von hinten! Ach so! Ach so! Das muss man natürlich erst mal wissen. Äh... Woop! Oh! Okay, jetzt den noch austricksen hier. Flupp, 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 flupp. Sehr schön. Und haben wir einen Schlüssel bekommen. Und das war es in dem Raum. Ich habe auch gerade keine Bomben. Das ist das Problem. Das ist das, was wir können noch nicht sprengen. Was haben wir hier? Na, sterb, 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 ich bin ich doch ein grad wie blöd bin ich eigentlich so ist ja es ist mal hier und zwar ja natürlich kommt da raus ok das ging schnell ich hatte auch mal sinnvolles rauskommt nein ja holla ist zwar ein halbes wieder kaputt gegangen aber hallo ja ich bin profi hab ich das erwähnt hallo komm her oh da hab ich ja mal glück gehabt den kann man glaube ich auch sprengen oder also das war ja richtig intelligent von mir ja ok ok nichts was kommt jetzt so glücksspiel betreiben hier nicht schade na komm schon ein was noch schade na gut und da hinten die flamme noch ausmachen na geh aus oh geld nehm ich hab gar nicht so viel geld beim spielautomaten verloren das muss ich mir wieder rein holen was ist das denn was ist das denn was ist das denn ja klar tut das weh hä aua ist doch klar dass ich da nicht weiter ach diese viecher kann man nicht so viel merken das muss ich mir merken auf jeden fall das sind wieder die das sind wieder die ja da kam ich jetzt nicht anders vorbei das war leider so der auch tot was haben wir denn da jetzt 2 hearts item oh geil item multiplier das nehm ich mit die fällt mir ne 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 stopp 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 ööööö ich kann ich ok der geht wieder kaputt Ja, super. Herz in der Mitte des Raumes. Bringt mir viel. Alter. Ist der unsichtbar? What the fuck? Okay. Wo? Sehr schön. Okay. Aber wir kommen. Und weiter nach unten. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Mal schauen, was ist. Okay, super. Stirb doch mal. Jetzt geht er mal kaputt. Au, wieso? Der hat wahrscheinlich wieder eine Blutspur gehabt. Alter. Jetzt reicht's aber. Oh, der war aber. Spider-Range. Spider-Baby. Was bringt das? Moment. Spider-Baby. Hab ich falsch geschrieben? Eigentlich sollte das so geschrieben werden, aber... Nee, funktioniert okay. Spawns one to friendly blue spiders aftertake. Ah, okay. Alles klar. Wir kriegen also Spinnenfreunde, wenn wir Damage nehmen. Na gut. So, du auch aus. Und da hinten du noch aus. Okay, hier ist nicht... Ich bin bekloppt. Ich bin bekloppt. Bekloppt. So, haben wir den auch hier. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Richtung. Da sind wir auch noch ein freier Raum. Ob wir das überleben? Ich mein, das ist die letzte Stage. Das ist ein Normal-Game. Nichts Besonderes eigentlich. Also... Ah, ich weiß nicht, ob ich den Boss kriege. Ich denke, der Boss wird im Wesentlichen stärker sein als alle anderen, die wir bis jetzt bekommen haben. So, okay. Stirb doch mal. Alter, ich treffe die nicht. Lalalalalala. Hallo? Kakahaufen? Ja, also. Sehr schön. Da komme ich eh nicht rüber. Also egal. Okay. Und zwei Gold nehme ich auch gerne. Komme ich denn hier? Ich habe keine Bomben dabei. Schokolade. Ich habe in dem Bossraum noch. Jetzt habe ich hier mal schauen. Da drüben ist auch noch ein freier Raum. Den gehen wir auch noch mal rein. Das wird auch noch bestimmt lustig. Das sind die Gefängnisse. Da wäre die Chance wieder groß, dass wir einen Raum finden. Aber wir haben keine Bomben. Aber wir bekommen halbes Herz dazu. Das gefällt mir schon mal. Da kommen wir immer noch nicht ran. Wir haben noch vier. Wir haben noch vier. Wir haben noch vier. Ja, ich habe jetzt mal hier rein. Mal schauen, was da passiert. Was anderes kann man damit nicht machen. Von daher. Oh, cool. Ja, cool. A lucky rock. Weiß ich was. Oh. Ja, das lohnt sich doch. Gut, sehr schön. Die Spielzeit ist super. Da kann man auch mal so ein bisschen rumclearen. Ob man als Monster bekommt. Gut, okay. Dann verliert man halt mal ein bisschen was. Aber ansonsten. Gut, bei meisten Monster verlierst du eh nichts. Hätte ich ein bisschen zusammenreißen. Hier geht das bei dem Spiel eigentlich ziemlich easy. Wir sind gut ausgerüstet für den Bosskampf, glaube ich. Der Boss wird mich jetzt sicher eines Besseren belehren. Aber ich bin der Meinung, wir schaffen das. Bosskampf. Juhu. Mom. Okay. Stirb, Mutter. Stirb. Ich bin mir nicht sicher, wann die zustampft. Stirb. Stirb. Hulala. Die Alter, wann tritt drauf, die Alter. Stirb. Nein. Böse war das. Boah. Aua. Das war doch weh. Die Alter ist aber auch ein bisschen. Ja, ja. Du bist. Ja, ja. Ah, okay. So, da habe ich sie jetzt mal gesehen. Okay. Da kommt hier wieder. Mrs. Mutterhaus. Isaac. War die Tür auch so erwischen? Den kann man nicht. La 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 la. Stirb doch bitte, stirb doch bitte, stirb doch bitte. Okay, wir haben es gleich geschafft. Au. Die hat mich gar nicht erwischt. Okay. Okay. Da nochmal ganz kurz hier. Lo, 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 lo. Aua, ist ja hier unsere. Isaac war cornered. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I am told, my lord. I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Und wie viele lustige Dinge machen. Und Matthias Bossy sehe ich da. Und Alex Hicks, das sieht ja super aus. In der ersten Staffel, in der ersten Folge. Ich habe das noch mal gemacht. Alan Denden da. Special thanks an Scheiße und um. Steve, Theala, Tom, Theala, Joko, the two Spites. You unlocked the Womp. Den Bauch? You unlocked Channel 20, porrest. You unlocked the Harbingers. The Horsemen are irgendwas. A Cube of Muteboards of Banachels. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder zu einer nächsten Runden-Neuen-Folge von The Isaac. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.